. Es ist ihr großer Tag. Dafür lässt sie sich zurecht machen. Sie wird im Mittelpunkt stehen. Das Besondere, Tamara Höske ist Model. Geboren mit dem Daumensyndrom, lässt sie sich heute in Brautmoden fotografieren. Ihre Botschaft? Ich lasse mir keine Grenzen setzen. Wenn ich einen Freund habe, würde ich irgendwann heiraten. Und ja, ich möchte immer ein Haarekleid anziehen. Das war dein Traum schon immer? Mein Traum schon immer, ja. Schon früh steht Tamara vor der Kamera, fühlt sich wohl im Rampenlicht. Über die Jahre modelt sie für Viktoria Beckham und Hugo Boss, Schauspieler in Filmen wie Fuck You Goethe 3. Ihre Freundin Michaela Pisano begleitet sie oft. Sie kennt Tamara schon als Baby, wird wohl auch eines Tages auf ihrer Hochzeit feiern. Ich bin unheimlich stolz auf sie. Und es freut mich einfach riesig, dass sie diese Möglichkeit bekommt. Und auch damit der Welt zeigen kann, was können auch Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen, wie auch immer man das heute nennen mag. Ja, doch, also da geht mir das Herz total auf dabei. Fotografin Yvonne Sophie Töne aus Immenhausen bei Kassel will das Model-Business verändern, mehr Individualität und Diversität zeigen. Ich möchte dazu beitragen, einfach Sehgewohnheiten zu ändern, indem ich andere Angebote mache. Die Gesellschaft ist ja bunt. Und deswegen sollte man das ja auch in der Fotografie oder eben auch in der Mode, in der Werbung und so weiter zeigen, um die Vielfalt der Gesellschaft auch abzubilden. Geschutet wird auf dem Dörnberg. In hohen Schuhen bei 30 Grad. Kein Fleckchen Schatten. Die 26-Jährige ist trotzdem professionell. Super schön. Ja, das war toll, als du eben so nach oben geguckt hast. Das sieht super aus. Richtig schön, Tamara. Lächle mich so ein bisschen an. Sie wollen mit dem Tabuthema brechen, zeigen, dass alle Menschen schön sind. Jeder alles tragen kann, egal welche Geschichte er hat. Auf den ersten Blick wird man wahrscheinlich erst mal nur denken, oh, Brautmodenfotos. Und auf den zweiten Blick sieht man dann, oh, das ist ja eine junge Frau mit Down-Syndrom. Und dann würde ich mir aber wünschen, dass dann nicht das im Fokus steht, sondern dass man dann wieder zurückgeht und sagt, wow, das Kleid ist toll. Das steht im Model super. Würde mir vielleicht auch stehen und einfach sich zu freuen, wie schön das ist, dass da jetzt eben auch mal ein ganz anderer Typ abgebildet wird. Ich model einfach, wenn ich Lust habe. Und es macht mir auch viel, viel Spaß. Ich bin immer stolz und das ist mein erstes Mal mit dem Hochzeit Klamotten zu tragen. Und viele weitere Shootings werden hoffentlich folgen. Wenn da, immer wieder Lions an gather, Hoffentlich. Ja, nichts? Etwas. Da, alles kann. Wie lange ist das? Ja, nichts? colonial KUK! inquisit. 아까�aren KUK.